Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Drei vs. den Wald. Mit dem Günter, mit dem Beppi, mit dem Juppi, mit dem Schnäpperle und mit dem Reto. Hallo. 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 So, es geht nämlich weiter. Wir haben hier einen Graben ausgebeutelt vom Allerfeinsten mit richtig Eleganz. Und haben ein bisschen Platz gemacht hier, ein bisschen Holz zusammengesägt. Das haben wir hier schon auf Seite. Das ist übrigens unser erstes Holz für unser Sägewerk. Das heißt, das werden wir jetzt einmal hier noch verladen, fertig. Und dann geht das nämlich... Oh, sag mal, da geht aber richtig viel drauf auf den Rogenwagen, oder? Na klar. Was ist denn jetzt? Oh, das mit dem Holz, bin mir nicht sicher. Das ist aber eine wilde... Wo soll das Holz denn hin, Manni? Da erst mal drauf. Das Ding erst mal 100 Meter beiseite, dass es hier nicht im Wege rumsteht. Okay. Genau. So, dann, ich drehe mal den Kran um, fahre mal rückwärts einmal rein. Genau, du kannst mit der Zange schon mal die Spanngurte abreißen. Zu überhaupt kein Problem. Da müssen wir die nämlich nicht erst aufmachen. Das ist doch bei König gelernt. Das ist super. Ne, Spanngurte sind ja Einwegkurte, ne? Ja, genau. So, aber Jungs, wir haben noch ein, wir haben noch ein anderes Problem. Was heißt denn hier bei König gelernt? Das hatte ich aber nicht gesagt. Das hat er gesagt. Ich bin der Super-Verlademeister-Pro. Ja, was? Ne, wichtige, wenn wir was fehlen, immer mindestens so 5 Meter, gell. Ne, was 5 Meter? Ne, 5 Meter. Was abstand, ne? Warum wackelt denn die so? Hallo. Was ist denn 5 Meter Abstand, oder was meinst du denn? Ne, 5 Meter Länge. Achso. Buddy, welches Rohr willst du zuerst? Ne, warte mal ganz kurz. Und zwar, ihr könnt mal hier drüben, hier die drei Bäumste noch wegmachen, die Zwicklehen und den bisschen größeren da drüben, hier auf der gegenüberliegenden Seite. Also da hinten, wo der Bagger steht, nehmt Bagger. Die können ohne weg, dann können wir auch schön agieren. So, jetzt geht das los. Und da habe ich mal hier die Maschine unterschieben. So, ey, wo die Brüder ist? Ach, hier ist die, was sind die hier? Ach, schränke? Manni? Der Schranke öffnen. Schränke, wie die hier? Ja, gehe richtig? Gut. Genau, 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 genau. Ja, genau, genau, genau. Ja, super, wunderbar. So, pass auf. Peppy, stell mal den Verdichter auf, bitte. Dann kann ich auch anfangen. Ähm, schrei, was musst du jetzt machen hier? Ich nehm's mit, ja. Warte, Schranke öffnen, der Timber-Trailer, soll ich hier mal auf den X-Knopf drücken? Ne, ohne ist. Ball, Ball, Stoff. Du, ich hab eine Frage, ne? Ach so, hier gibt es ja auch noch mehr Kontrollgruppen. Na, ach du heilige Scheisse. So, ich hier mal X drücken, oder was? Ach, ja. So, gut. Ja, das passt. Du hast Platz, gut. Äh, wo sind denn die Stützen, äh, Baby? Jawohl. Ja, du wirst nicht da durch, halt den. Die Stützen, auf dem LKW, oder was? Richtig. Und die Stützen sind nervös? Ne, da sind immer noch Schranken, äh, Schränke. Immer noch Schränke. Äh, bei... Da, und die. Steht da richtig, steht da direkt Stütze? Na, ab, Abdeckung. Abdeckung? Abdeckung. Was ist denn das, äh, Dimper Info, äh, Info, Ange, Schränke, Beifahrer, Ballenmodus, Motorbremse, äh, Kontroll. Ne, da steht nichts mit Abdeckung. Ja, du musst durchhalten, Abdeckung steht da. Bei mir zumindest. Ich wollte nicht mal zu, dass ich wieder aufgeklippt habe, gell? Ein, Kuppeln, aus, Bremse. Kannst du mal gucken, bitte? Auf welcher Kontrollgruppe das ist? Ja, wie, wie, Körner. Nein, das soll ich ja machen. Nein, das bin ich aus. Nee, komm her, Baby, komm her. Komm, Baby, mach du. Ach, jetzt auf einmal. Dann war ja auch schon noch schön gekriegt. Die wusste ja nicht, dass sich das so mitnimmt, wenn das jemand anders macht. Entschuldigung. Pass auf, komm her, Körner, ich hab ihn nicht. Das ist eine geile Aufgabe für dich. Keine Kontrollgruppe, sondern das andere Gerät. Achso? Ja. Dann das hinterher aufbauen, dann auf Deckung. Wenn ich mit dem Grad rumkommen, hängst Traverse ein. Okay. Muss aber ich feste machen. Machen ich. Alles klar. So, was hast du jetzt gesagt? Das andere Gerät? Richtig. Welche Bäume müssen hier weg? Habe ich schon. Warte, 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 warte. Andere Gerät? Der Heckaufbau, nicht die Ecke. Ja, ist schon klar, aber da steht trotzdem nichts von. Abdeckung öffnen. Machen wir das, was so N-mäßig ausschaut. Oder X. Nee, X ist ja der Kran. Dann N. Nee, geht nicht. Meine Güte. Lass mich rein da. Schrei ich dich. Wirklich, schätze. Ich kann so schön hören. Ja. Oh, ich hau. Tag. Okay, wunderbar schon. Aufbau, da bin ich. So, und jetzt haue ich die Traverse dran, gell? Genau, jetzt die Traverse da aufnehmen. Gell? Aber warte, ich soll, ich dürfe da schnell runterziehen. Das ist besser, warte. Ja. Und konntest den Kran schon mal nach hinten ausrichten. Ach so, äh, du, ja, 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 okay, alles klar. Dann fahrscht den Kran hier schon mal rum. So. Uh, uh, uh. Jetzt komm so einfach hier. Äh, ja. Da, bitte. Na, warte mal, äh, nicht so, warte. Ich weiß nicht, wie nah ich hier rankomme. So. Ja, ich hab da so ein Problem, Alter. Ich komm nicht weiter runter. Warte. Weiter nach hinten. Da, da hier. So, warte, da war's. Oh, warte. So? Ha! Da, ist Ron. So. So, jetzt einfach drüber und zumachen. Ey, mach da langsam mit der Verdichterrolle, Junge. Das ist ganz sauber. Gartplätze müssen verdichtet sein. Da fährt man hier hinten noch rein in das Ding. So, warte. Na, auf. Günter, du musst jetzt, äh, an die Traverse, musst du jetzt, äh, das Ding gleich anhängen, gell? Ja. Ey, das Rohr, quasi. Ja. Also, das, äh, welches Rohr, das Rohr. Ja, das nehmen wir immer das hier. Ups. Oh, 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 oh. Gut, danke, Günter. Wunderbar. Wunderbar, Günter. So, ähm, du, ich hab eine Frage. Ist das jetzt angehängt? Ja. Jetzt. Ich will ja nichts sagen, aber das rollt auch immer noch weiter. Musst du jetzt das andere Rohr hin? Oh. Oh. Ähm. Ich lass mal wieder los. Ich lass mal wieder los. Ich lass mal wieder los. Ach, nee, du. Ich? Ja. Wie denn? Aufklappen, das Teil. Aufklappen, das Teil. Achso, und noch? Ach, guck mal. Und dann? Und dann? Ja, jetzt, jetzt, warte, warte. Nein. Äh, ja? Eigentlich muss ich es eher machen. Ja, ja. Bei mir gibt es aber nichts. Ich hab das aber angewählt. Ups. Jetzt ist mir abgefallen. Äh. Äh. Ja. Ja. Geht röscht. Ganz normale Spanngute, du typisch. Ist das wieder das? Ganz normale, krass. Ja, geh du mal, du typisch. Ja, geh du mal, du typisch. Hey. Come on, vergleiß auch, du typisch. Anders, schwieger. Ja, nun aber. Das klappt. Was ist denn, wenn du weg bist? Lass dich. Äh. Äh. Der mag dich nicht, der will. Äh. 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 Jetzt hau's. Überall fliegen die Rohr rum. Vielleicht könnt ihr mal, vielleicht könnt ihr mal die... Oh, scheiße. Man dann. Oh, dann machst du den da, Manni. Das kannst du einfach ja auch. So, pass auf, ey. Vielleicht können wir ja, äh. Einfach die Rohre runterschmeißen. Vielleicht könnt ihr ja mal die Rohre, ähm, mit dem anderen Ding, äh, äh, schon mal abladen. Ui, 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 gott, gott. Jetzt, 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 Vorsicht. Oh, das ist auch mal krankisch. Jetzt ist das auch echt eine Erroggenschaft, die wir hier haben, ey. Danke, Baby. Wie her! Das soll, das sollte, das sollte Rolltausch wie Vince wie Juan da ist? Bist du heute Huni und kannst nix? Das ist verlegt. Ja, warte, ich richte aus. Geil. Ne, warte, warte,. Ich tue mal kurz die Wasserwage drauf, ob da genau das passt. Nein, König das Fähnchen, das mich da oben am Schieberg... Oh. Ah. die automatisch aufgeladen und das macht man nämlich jetzt so guck mal hier hat das sozusagen und jetzt hast du den laser dahinten drin sind jetzt mit der bricht das ist ein buch ich glaube ich glaube ich muss überhaupt wurden auch mal gut an ja das fähnchen wieder raus für das nächste rohr oder ich habe eine idee nein ich komme alleine raus okay sie schon erfährt der teil nicht rückwärts wort passiert ja ich habe gedacht du bist du den weg so wurde mal wie weit fährt da raus geht das hier so komisch an das röhrchen warte hier schleppere kommen wir wollen ein bisschen näher ran hier reicht das so mann ich mache bis ohne ja da steckt dass es gehen hilfe was ist denn da los hilfe ich häng weg ja lass dir doch das sind hängen das habe ich ruhig der schlepper und ich ziehen die hier wollen die hier ein bisschen näher ran für dich gleich noch ein stückchen vor strengen wenn man das jetzt mit allem machen müssen lässt sich gut bezahlen von bündner auf jeden fall ich habe sie was schon gesagt du gibst mehr geld dafür dass die helft wie helft ich habe es gibt ja geld für die unterkunft ich habe geschissen hier richtig ein bisschen geld wenn wenn ich wenn ich das sehe wie er da arbeitet sind wir bei steven hawkings gehen wir gehen wir jetzt über steven irgendwas passiert hier gerade man könnte die rohre okay pass mal folgendes vollgas also ich hab's verstanden jetzt ja wieder nicht reingefahren gern so richtig so wichtig doch der hat den knapp da drin zugeklebt dass die stützen nämlich du kannst du mal zwei rohre dann ein noch zwei rohre dann ein bisschen schneller geht das nämlich gar nicht zeig ihm wie das geht es auf kinder er hat bei mir gelernt ja ja bist du hier beim rohre beim rohre kinder war so ein bisschen gewicht zu passen das ist das ding ein bisschen ich nehme mich lasst uns immer los rollen ich habe schon mein erstes rohr drin oder was ich bin's doch baby hier gucken wir müssen das hier habe ich das fähnchen das sieht so ein bisschen aus wie so ein jahr kann sie wie so fahren kreuz vorstellt ja hatten kreuz oder fähnchen kreuz ja 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 genau das ist dann hier ein dahinter der laser ich meine ja irgendwann hinterher nicht mehr raus ja jetzt siehst du das heute so ein bisschen höher weil der laser ist unter dem freut denn jetzt liebste der brecht das ist richtig läuft die rohre weg dass ich nicht hinkommen ich mach doch schon jetzt laut durch den hier müssen wir auch mal helfen der pp hat er gesehen wie das denn jetzt ist ja halt nur beim kran rumschwenken hatte an spaß und rumgeschmissen da weiß ich nicht was ich sagen soll es ist geisteskrank der runde in der 1 kann dann ist das spannende anbringern könnte das geisteskrank mit dick aber schwer nichts sagen ich würde sagen scheiß rohre ich würde ja sagen dass die rohre nicht reichen weil es meine vermutung erstmal wie viele rohre haben und jetzt die reichen die netz wird knappe nummer eine knappe kiste so zu sagen das reicht glaube ich glaube nicht warte mal wir haben jetzt noch ein zwei drei vier rohre und das was baby dran hat ne das reicht nicht reicht nicht nein 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 auge sagt nein auge sagt nein und man sagt ja es liegt im auge des betrachters gell aber in dem fall ja nicht ich mein bei euch mal ich brauche doch schon mal neue ja warte schon neue äh wo denn unten beim baumarkt beim steinbruch ja ich warte schon mal oben ich nehme den bus ich bin mir nicht sicher ob das mit dem lkw auch so richtig ist ja ich weiß ja nicht wer die tarni deck geschmissen hat ähm ich wisse ich werde um straße aus ich bin mir auch relativ sicher dass vorhin gesagt wurde dass der lkw feststeckt ne macht doch nicht guck mal ah ja stimmt wie steht die tschuldigung das hat nicht gewollt ja warte mal wir haben ja noch ein bäumchen zu verladen ja das können wir auch gleich färts machen noch schön ist das schön der deutsche sägewerk freuen der erste leitung holz das wird nicht so nah hin mei güte das wollte immer deswegen muss ich das dahin packen ja ich sind rohre die sind rund aber ich komme da nicht hin ich habe bitte ok doch vielleicht haben sie da in sommer wir mal viel sparen und immer zwischen beiden dorst zu fädeln wissen mit ihr nicht richtig gleich geht es wird man das spaß ist aber noch ein bisschen das wissen jetzt wieder das wissen naja last verteilung ist so ein bisschen mehr schwierig wenn die schwere ich aber naja so mal die vor keinen zeit gegenseitschirm spanngruppe das ist richtig ja ja ein bisschen drehen baby vielleicht aber eine krampf auch nicht sagen was er machen soll das sind ganz 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 eigen eigenbrösel das rohr ist im fluss gelandet wo ist denn das rohr das ist weg das ist irgendwie es ist hinterliegen es ist im wasser wir haben ein problem wir haben ein rohr verloren oder das ist richtig gesehen das hat der exklusionsrohr das ist wirklich sprengt da kannst du mal sehen was reibungskräfte ausmachen geh das ist auch wunderschön aus ich gebe es doch gar nicht jetzt aber die rohr merke löst wer fährt mit mir mit dem rohr holen wer dreht euch noch mein anwesenheit ich kann helfe wenn ich will soll ich mitfahren ja in der klar rein die platze haben wir gehen rein wie der passt kein rein ja nur du ja mit dem auto mit ich brauche doch mal hier noch beim aufladen scheiß die wand an irgendwo hier hingefluscht dass auch ein englisches stil ja hier warte mal ich muss vielleicht ein bisschen hier schon so rum warum rückwärts warum rückwärts warum nicht mehr waren und rum okay bei euch dass man doch eine extra straße baut hat zum fahrer ich jetzt ist was passiert ich glaube das wo ist er nicht oder mal ganz kurz ihr müsst anhalten ich habe ein problem ich habe mich auf ihn was aufgepackt in der mitte vom wkw es hängt urschl wie na ja warte so der kärzanschubkratzen ist das da siehst du das in der mitte ja 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 irgendwas ist da unterm wkw ich weiß nicht was das ist da warte mal ich tue mal steh mal ich steig mal ein und zieg mal ein bissel vielleicht kriegen wir ihn da abgezogen ja haben wir da mal ein seil hin warte ich bin tätig das mal ich habe keine ahnung wo das wohin ist ja zieh das ist gut er klemmt alles raus ist raus ist raus alles gut schnäberle schleich die sofort vom fahrer sitzt die schwabe fertig wenn ich im auto sitz ich hab doch nicht einmal so geht los geht los ich fahrschein von nachher gell ja ja achso wieviel rohre brauchen wir noch ich glaub so 4 oder 5 oder so 4 oder 5 ja warte mal ok ähm oh scheiße ich 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 ruf nochmal kurz an bei dem ja mach ich will hinterher fahren nur gesehen dass es hier in richtung see geknallt ist äh hallo gunda 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 ja was ist denn achso ich dachte du hörst dich nicht doch doch ich hör nicht äh gunda ja ähm wieviel rohre beschätzungsweise noch warte mal ich geh mal wem zurück der kennt sich alles mit rohren und bauen oi 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 ja komm mal mit wir sollen bei uns am telefon der will wissen wieviel wir ungefähr noch brauchen nicht bei mich ja ich habe kein problem ich bin unterwegs mit megaw 1 2 3 3 4 4 5 6 ich würde sieben nimm mal 8 dann sind wir auf sichere seite wenn sie sind brauchen wir keine 8 ich würde sieben sagen du würdest sieben sagen ja also wahrscheinlich eher so zwölf 13 ne sieben sachte oder was warte der jub guckt auch grad noch mal eben rüber ok also wenn zweimal zwei gucken ist ja auch nicht schlecht ich würde auch sieben sagen sieben äh ja ok sieben rohre bringen wir mit gunda wieviel haben wir da 1 2 3 4 4 5 6 7 ja doch ja doch doch ja 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 also sieben rohre bis gleich bis gleich jo ja 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 das ist doch kein rallye tragion ich bin hier mit 100 bergab ja das gehöre du mein dürft gesehen ja ich hab den dürft gesehen ich habe den dürft gesehen ich habe mich nur ein bisschen überrascht mit dir sagen ich habe mich nur ein hartscher eingeschissen ja das stimmt da ja an der stimmt gemein ja das stimmt ein bisschen da eieieiei ach der ist eingeschissen oder was ich glaube der ist richtig eingeschissen ja das ist wenn der körper wenn der geist denkt jetzt stört war dann entladen sich normalen körper komplett vorher ist das auch so geht scheiß wenn du denkst du stirbst jetzt alles noch mal entlang stehen hier zu dem dreck er möchte ich hinstellen was machst du wir machen nicht eine roadshow gerade so gehe ich hierhin also pass auf sieben rohren wie nicht sieben rohren wie nicht schneeberle kannst du aufladen die lässt mal geschwinkt bei unterhäschen wechseln ja mal mal das hüsli das hüsli wechseln scheiße was macht denn der hier guck mal kippt er hier mit der wilde das zeug da nein das sieht der das ding bräuchte noch eigentlich ja wenn wir es mitnehmen ja was ist mit der raube jahr das nicht optimal zum zuschieben um von der rohre wieder wissen wir können wir die noch können wir die mit aufnehmen und dann fahren wir das alles wieder nur noch nur dass wir die erde dafür schnell schieben können wissen wir also macht auch planen damit oder machte nur zuschieben zuschieben und gerade ziehen und dann mit einem verdichter drüber ich hätte noch gps könnte schnell aufbauen und dann ja 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 noch als gut anladen die man auf und das heißt nur ein gekippt wenn ich vorne auf das von der und dem stein da drüben der radlader ist okay ich immer mal ein kippen und verkaufen ja ach so gut weg sehr gut jeder macht ran und dann tun wir das ding hier in gleich drauf jungs da hinten muss die die dings drauf ja aber dann kriegen wir nicht alle rohre mit ja doch aber die fünf wir gehen doch mega weh ja du hast keine lust du kannst ich glaube an dich nein warum hast du keine lust ich rede dir positiv zu der warte mal wissen wir erst mal hier vor rollen du bist unser ceo du schaffst doch alles im arsch erst mal runterrollen so einmal hier vor stopp kein rennen so nun soll ich die scheiße hier draufheben alleine kann man sagen mit dem bagger echt da ist der bagger machst du das ja ok besser ist es für dich besser ist es dann muss eine raube hin auch der fahrt davor der macht nämlich noch gps uns drauf und wenn man dann können wir dingsen gps drauf und dann können wir oben das kleine platz ziehen und alles nur eins oder bis zweimal 1 aber ich müsste da reinkommen in den schnitz bitte nicht einfach ein bisschen mehr draufhauen ja finde ich bitte wir werden wir werden ja noch überall das ist noch scheiße sonst muss ein ticken ich habe jetzt die kackrohre und ralf ganz ehrlich der schlimmer hier wie beim blümchen konzert es geht ja ich weiter das wäre das wäre oder ich weiß zurück jetzt aber im rollen auffangen das war zu spät wie gut gemacht und du bist hinten ohne ist raus geflutscht war zu begleiten wurde zu vielleicht wenn wir die stelle bei den steigen doch ganz vorne anpackst du hoch jetzt jetzt baby was schnell wollen was macht denn der in dem parker das sieht ein bisschen komisch aus Und breit, dass ich da nicht... Oh! Super! Wunderbar! Ja, das war ein bissel eng! Komm hier, nimm das Ding und fahrtsschüss jetzt! Wie soll ich das jetzt? Hä? So, warte! Weg da! So. Oh meine, jetzt ganz ehrlich! Schwester, wir holen doch noch sieben Rohre jetzt hier! So, drauf die Scheiße! Wir machen einfach gut den Bies mal aktiv, okay? Gibt eine extra Bezahlung! Ja, gut! Schnepperle, du bist der Schwabe, du kriegst gar keine Bezahlung! Guck mal, der Schnepperle hat auch eine gute Idee! Der Schnepperle hat auch eine gute Idee, der Schnepperle gerade drauf! Da kriegen wir aber sauviele drauf! Ja, wie ein Schornstein! Oh Scheiße! Ja, super! Ne, wir brauchen doch noch sieben! Lass euch noch eins drauflegen, dann haben wir schon mal drei... Oh! Hab den Schnepperle getötet! Warte! Lass los, ich nehme! Lass doch alle hochkant hinstellen, das ist voll super! Rollt da rein jetzt in die Kifte! So, warte! Gut! So, pass auf, jetzt haben wir eins, zwei... Oh Scheiße, die waren da... Warte mal, kann man das noch drehen irgendwie, wenn wir das hier so... Ne! Kein Problem, ich halte es noch länger! Du Schnepperle, das Schwaben, TX ist super bei dir! Du, ja, mach mal, lass mal los! Aua! Oh Scheiße! Ist mir aus der Hand gekommen! Ist mir leider... Ist mir leider... Ist mir leider abgerutscht, tut mir leid! Du bist ein Teletubby-Zurückwinker, du! Ey, jetzt sind wir noch mal auf hier! Boah, jetzt war aber persönlich, hat das gehört! Ein Teletubby... Du bist ein Teletubby-Zurückwinker! Ey, guck mal, hier sind noch zwei Rohre! Das sind wirklich alle Rohre, die hier sind, müssen da rein! Ja, das sag ich doch! Die sind hochkant hinstehen! Da haben wir ja... Da haben wir ja Glück gehabt, dass du das eben in den Bach geschmissen hast! Hoffentlich brauchen wir das nicht! Ich hab gar nichts irgendwo hingeschmissen! Das war Thema! Ey, mich kürzt das hier richtig an gerade! So, warte! Da steh doch hochkant! Jetzt leg mich doch! Dann geh doch mal da hoch! Mach doch mal hochkant! So! Zack! Druf jetzt hier! Warte, da haben wir noch ins Druf! Und dann die Spannkorte drauf! Guck mal, hierhin geht doch noch ins bei die Raube! Komm doch noch mal! Ups! So, warte! Und jetzt hier hau ich noch ins Druf! So! Nein, halt doch nicht! Los! Lass'n! Los! Los! So, jetzt! Auch die Korte drum! Los! Korte drum! Hast du alle drum? Gut, dann so rein die Dinger! Wir kommen, wir müssen die Dinger auch schnell um den Bauern! Ja, boah! Ab, geh'n wir fort! Äh, ist die Raube drauf? Ist die, gehst du schon? Ja, du solltest vielleicht das Ding hochfahren! Warte! Ist alles gesichert! Dinten ist die... Fährst du wieder vorne weg? Ja, 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 ja! Fährst du wieder vorne weg? Ich kenn' den Weg nicht! Ach, sieht ja aus, du! So, warte hier und umleuchte an! Oh, fahr'n ist wieder zu schnell, alter, ey! Mach's auch da! Ich bin voll beladen und bergauf! Oh, scheiße! Du wirst dich wundern, was die Dinger gehört hat! Er hat mich nicht... Wundert mich ... Wundert mich die ganze Zeit schon! So! Ich komme! Oh, Mann ey! sieben rohre und eraube das kann das werden hier schwung holen dort geben richtig mit schmack auf hat der aber durch nebenanlauf einfach vollgas dann einfach durch alter verwalter es wird aber um da ja noch zu kämpfen geht aber sieben dreißig acht dreißig geht wieder los wo bist du denn vor dir seht ich gar nicht ja ich warte bist du schon da aufgeflogen mit 200 das ist der raptor das letzte was das für ein teil ist als das ist das was ich fahre ist der raptor 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 aber die fähre ich bin nicht bremsen ich bin nicht bremsen vorsicht ich bin nicht bremsen wir müssen aber also warte mal bevor du weiter warst wir müssen rechts tatsächlich aber ich wollte es nicht recht abbiegen nein ich habe doch gedacht bevor du weiterfahre ach so entschuldigung ja danke moment mit dem drehschäbel ich muss ja erstmal die drehschäbel rückwärts mal gefrieren das ist nämlich groß einfach die baut die fahrt darüber du kommst rum nein das ding hat weniger als wenn ein flugzeug dringend ja jetzt ist es noch da mit der lecker Ich hab's nicht gesehen. Fortsch! Fortsch! Rappen, rapsch! Nix rapsch! Oh scheiße! Oh scheiße! Alter, Alter, das geht nicht! Oh scheiße! Alter, Alter! Nix! Nix! Hey, gut, ich gebremseh! Rapsch! In der Luft! Oh, ich wusste gar nicht, dass ich fliege. Wie konnten die Raptoren? Eine neue Gattung! Das ist ein Schaltauto! Der Raptor halt! Der hat neuer Nerf da! So! Alter Verwalter, ey! Ja, ja, dann rechst du! Ui, leg mich auf den Arsch! Oh, ich bin jetzt nicht! Bist du hinter mir? Ja! Jetzt nicht mehr, doch! So, warte, wir sind da! Oh, Gott sei Dank! Wir kommen! Ja, endlich! Leck mich auf den Arsch, Alter! Wo wart ihr denn so lange? Ja, jetzt hat's vor noch schnell den Weg da rumwahren! Und wo steht denn da hingestellt? Wiss ich da rumwahren? Ja, könnt ihr den mal wegfahren? Wie wird so lange geworden? Wo warst du vor und so lange? Ja, alle! Sieben Rohre vorladen und gucken mal, was ich schon mitgebracht habe! Hast du noch was mitgebracht was schönes? Ja! Das ist schön! Und zwar in Dings, so rein in die Rohre! Ein Dings, die Dungs! Na, hier ist so eine Raufe zum Zuschieben! Oh, das habe ich auch gerade schon gesagt! Super! Wirklich gut! So, komm, haut die Dinger mal schnell noch mit rein! Äh... So! Ich hab hier hinten schon mal so ein bisschen zugebargert, ne? Ja, ich mache hier wieder... Achso! Ich hoffe, das ist okay, aber... Naja... Halt mal... Halt mal die Dinger noch rein! So, warte jetzt, wieso hier die Rohre noch rein? Äh... Einfach nein, rollen lassen, hab ich gehört! Einfach nein, rollen lassen! Geil! Und... Jungs! Ich lass die einfach nein, rollen hier! ne graben, da können wir die schöne ausrichten! So! So! Jungs, sie tang sie dran! Ja, sehr gut! Nächstes Ding, sie tang sie dran! Einfach nein, rollen lassen! Sauber! Geil, ey! Ich mache eine Wette, dass uns ein Rohr fehlt! Ey, ich mache so eine Wette, dass uns ein Rohr fehlt! Und zwar pass auf, wir haben dem nicht alle! Ne, pass auf! Wir haben alle Rohre mitgebracht, die unten sind! ist noch 1 und eigentlich durch die das nicht um nicht und vielleicht auch so meine fresse der muss doch hier der nippel in die lasche ja da hat's natürlich jetzt das nein rollen das und das da fehlt in roh ich tötete den springen hat ja noch mal geguckt wegen dem rohr wir haben alles abgesucht geschwommen doch das nicht gekommen dass es wahrscheinlich in orbit geflogen ist irgendwo muss da liegen aber wo keine ahnung ich nicht aber ich glaube so wieder es fehlt genau ein rohr soll sehr gut meine lieben freunde wir machen was bei feuerhand wir werden scheitern wir hatten wir hätten gerne den teich noch abgelassen aber man ja ja ich habe mal direkt zur druckerei und machst du so vermisst schild als wenn man eine katze so verloren hat mit dem rohr ist ja auch die schlechte idee in diesem seite meine lieben wir gehen auf der suche nach dem rohr danke das vorbei wort und lasst das täuschen da schwimmen rede schwimmen muss es sein und die drecksame zu diesem sinne wir sehen uns mal alles tschüss 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 tschüss